Hallöchen, jetzt seht ihr hier mal den Unterschied. Links ist Komposit bzw. CVBS oder F-Bus und auf der rechten Seite habt ihr das S-Video. Ja, es flackert ein ganz kleines bisschen, das liegt aber am Video aufnehmen. Aber das N bei News, NWS oder was, das zappelt auf der linken Seite. Ganz schön. Aber so habt ihr jetzt einmal eine Übersicht, wie das sein kann mit S-Video, wie gut.